Der heißt SpeckTulu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von TrueWoof. Mein Name ist HanelPi und heute ist wieder endlich ein Patch dran. Ist ja erst ein Monat her, ne? Ihr habt bestimmt schon die Patch-Notes-Folgen vermisst. Ich auch. Vor allem auch überhaupt wieder Änderungen im Spiel zu sehen. Vermisst man auf jeden Fall. Der neue Patch. Fangen wir erstmal an mit Wow. Es gibt kein Livestream. Tut mir leid. Ja, der Patch selber soll drei Stunden gehen. 16 bis 19 Uhr. Um 7 Uhr anfangen zu streamen. Ah, dann machen wir höchstens bis 8. Ah, dann ist man müde. Ah, dann lieber Donnerstag. Donnerstag ab 15 Uhr bis Ende offen. So lange wie immer halt, ne? Also so drei, vier Stunden. Um die 400 Streamer-Deam-Codes, so plus, minus 300, werden da rausgehauen. Also, nein, nein, so viele nicht. Ihr wisst schon, so 30, 20. Ihr müsst mich nur immer dran erinnern. Denkt daran. Na gut. Dann fangen wir an mit dem Patch, damit wir da schnell durchgehen. Im Hintergrund seht ihr übrigens Spektulu. Nur als Info für den Fall, dass ihr fragen wollt. Der heißt Spektulu. Wird demnächst noch näher erläutert, wer das genau ist. Und wo der herkommt. Und wann er die Untiefen dieser Welt heimsuchen wird. Und so weiter. Ab nächster Woche gibt es ein neues Event. Über Ostern selber nicht. Also jetzt so ab heute, sage ich mal, gibt es kein direktes Event. Aber das Event nächste Woche, ab dem 18.04. Ja. Das sind mysteriöse Minenroboter. Oder Ernteroboter. Die sich Underground, also im Untergrund, irgendwo aufhalten. Und die man dann wahrscheinlich besiegen muss. Und man kriegt dann einen neuen Cubesley. Was das genau ist, sehen wir dann nächste Woche. Spätestens nächste Woche. Falls man nicht irgendwo andere Informationen herbekommt. Auf jeden Fall gibt es dann wieder ein Event. Ich hoffe einfach auch, da es bis zum 2.05. gehen soll. Was ja relativ lang ist. Von 18.04. bis zum 2.05. sind immerhin wieder die typischen zwei Wochen. Und ich hoffe auch, dass es da wieder täglich irgendwelche Belohnungen gibt. Aber das werde ich dann ankündigen. Beziehungsweise auf Discord den Link dazu posten. Beziehungsweise die Liste, was ihr dann genau bekommt. Und natürlich, wenn ich Bescheid weiß, werde ich auch in irgendeiner Folge das einfach mal erwähnen. So, eine wesentliche Änderung in diesen Patch sind die Credit Pouches. Wenn ihr die kauft, werden die, also aus dem Marktplatz kauft. Und dann nicht die Leute, die mit Echtgeld kaufen. Bei denen ist alles normal wie immer. Ihr kauft die mit Echtgeld. Könnt die dann in den Marktplatz reinstellen und verkaufen. Aber die Leute, die jetzt gerne damit flippen wollen, beachtet nun nach dem Patch. Wenn ihr die bekommt, also wenn ihr die aus dem Marktplatz rauskauft, werden euch die Credits gut geschrieben. Das ist wichtig. Ihr könnt Credit Pouches auch nur noch per Marktplatz erhalten. Kein normaler Handel geht mehr. Und das Schlimme ist halt eben, wenn ihr die jetzt kauft und denkt euch, wie geil, wie günstig ist das denn? Dann habt ihr einfach nur Credits. Ihr könnt die nicht wieder zurück verkaufen. Minigames. Die Minigames werden großartig geupdatet. Hoffentlich. Ich sage einfach hoffentlich deswegen, weil es zumindest von den Notes her, von den Patch Notes, macht es Sinn. Erst einmal diese Punktezahl hinten. Diese Punkte, das Punkteboard. Keine Ahnung, wie man das nennt. Scoreboard einfach nur. Dieses Ding bleibt jetzt mit allen Leuten drin. Also auch wenn ihr dann rausgeht, bleibt eure Punktzahl bestehen. Ihr könnt also sehen, ich war erster. Alle anderen waren Loser. Also ich sehe das zumindest häufiger so. Und es sollen auch alle Mounts, alle Charakter, alle Wings, alle sollen jetzt gleich laufen, fliegen, springen. Also es soll keinen Unterschied mehr geben. Hoffen wir einfach mal, dass es auch so ist. Weil dann könnt ihr jede Klasse benutzen. Nicht mehr so wie jetzt, immer den Neon-Linja oder so. Neues Minigame kommt auch raus. Zumindest kann man es erstmal herstellen. Und zwar Zielzerstörung oder so Zieltreffen als neue Club-Minigame momentan noch. Man kann also schon ein eigenes bauen, aber es kommt noch nicht in den Challenges rein. Soll aber demnächst dann wahrscheinlich auch reinkommen. Die müssen noch ein bisschen irgendwie dran arbeiten. Vor allem, weil die meinten, dass die Ziel, also dass man trifft, ne, Treffer, na, ich weiß nicht, wie die das wieder nennen, Hit Detection einfach nur. Ich finde immer schwer dann, da Deutsche Wörter zu finden, die sich gut anhören. Gerade weil ich ja selber Programmierer bin, der eine oder andere weiß das. Äh, ich würde auch immer Hit Detection sagen, niemals Zieldetektion oder so, ne, Trefferdetektion meine ich. Klingt alles so seltsam, gerade wenn man in einer Gaming-Branche arbeitet. Na gut, dann kann man jetzt sogar eine eigene Klasse forcieren in Minigames, indem man einen Minigame-Klassenblock hinsetzt. Und sagen kann, ich möchte, dass da immer der Riverneu ist oder immer der Neolinier oder sowas halt, ne. Das finde ich natürlich richtig cool, weil selbst die Leute, die kein Neolinier haben, können dann den zum Beispiel spielen. So. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, da steht irgendwas vom Wegen. Es gibt ein neues Rezept, mit dem man einen Teleporter platzieren kann. Da bin ich nicht sicher, was der, also wozu der Teleporter ist. Vielleicht innerhalb der Challenges. Also innerhalb dieser Minigames meine ich, nicht Challenges. Innerhalb der Minigames. Kann sein. Wäre natürlich cool. Na gut, auf jeden Fall eine wichtige Sache wird entfernt leider. Und zwar der Exploit, den man nutzen konnte, um in allen Racing-Challenges immer die letzte Belohnung zu bekommen, ohne dass man die Zeit beachten musste. Ist natürlich weg. Klar, der musste früher oder später gefixt worden sein. Ich habe den auch, glaube ich, nie public gemacht hier. Aber trotzdem hätte es ja sein können. Dass der noch länger drin ist. Immerhin war er jetzt. Über vier Wochen hat der Patch gedauert. Der Bug selber ist schon, glaube ich, acht Wochen bekannt. Oder zumindest mir ist der ungefähr acht Wochen bekannt. Seitdem ich angefangen habe, um genau zu sein. So innerhalb der ersten Woche oder zweiten Woche habe ich den mit jemand anderes rausgefunden. Und seitdem kannten den ja dann irgendwann auch auf jeden Fall alle. Auf jeden Fall sollen die aber dafür jetzt wieder schaffbar sein. Die Racing-Minigames. Und ich hoffe es einfach. Die haben nämlich die Zeiten angepasst. Bitte, lasst sie dir richtig angepasst haben. So, dann kommen wir noch zu anderen, kleineren Sachen. Neue Dungeons. Ist klar, die lese ich nie direkt vor. Die interessieren nicht so sehr. Ihr werdet die entweder sehen oder nicht. Und falls ihr die wissen wollt, in welchem ihr suchen müsst. Einmal Frontier. Im Frontier gibt es ein Lair. Kandora gibt es ein Lair. Jurassic Jungle gibt es ein neues Lair. Dragon Fire Peaks gibt es ein Dungeon. Ein Shadow Tower Dungeon wird wahrscheinlich demnächst mal in eine der Rotationen mit reinkommen. Und ein Kandora Dungeon. Gut, haben wir abgefrühstückt. Dann Ability Changes. Also Fähigkeiten wurden geändert. Und zwar die vom Boomerang die Big Bomb. Und die mysteriöse Urne. Vom Shadow Hunter die Falle. Und von der Fee die Glitzerbombe. Die vier können nicht mehr mit NPCs kollidieren. Was bedeutet, man kann sie jetzt einfach dahin platzieren, wo man sie hin platzieren möchte. Schade wiederum. Der Pirate Captain. Ich hätte gedacht, dass das bei dem Köder auch so wäre. Leider ist es immer noch nicht so. Der Köder ist immer noch ziemlich nervig, wenn man den Gegner gegen den Kopf werfen kann. Ein Bug beim Rivenor. Wenn man das erste Mal stirbt beim Rivenor, dann spawnt ein kleines Monster. So eine tote Gestalt, die hinter einem ist. Und normalerweise hat man 100% mehr Lebensregeneration und 50% mehr Physical Damage, während die da ist. Das war die ganze Zeit als Bug sozusagen gar nicht möglich. Das Ding hat nichts gemacht. Jetzt macht es das. Für die Leute, die also den Rivenor auf Damage spielen, die können, wenn der da ist, nochmal 50% mehr Physical Damage damit ergattern. Das ist richtig viel. So, dann noch Abilities. Abilities, also die Fähigkeiten, diese Cooldowns sind wieder auf Maximum, wenn man die Klasse zu einer bereits benutzten Klasse switcht. Ich hoffe, es ist wirklich so, wie es da steht. Das heißt, wenn ich Klasse A nehme, gehe auf Klasse B, ist alles gut. Das heißt, es ist einfach aktiv. Aber wenn ich dann wieder auf Klasse A zurück switche, erst dann werden alle Cooldowns wieder auf Maximum gesetzt. Man kann also nicht einfach nur nebenher switchen und hoffen, dass man dann die Cooldowns alle benutzen kann. Alle gleichzeitig. Und immer wieder switchen. Es gibt echt Leute, die machen das. Und wir nutzen dann die ganze Zeit verschiedene Ultis von den Charaktern. So, dann bei den Leaderboards. Gerade bei Mastery ist es ziemlich wichtig. Leute können, die ersten 16, glaube ich, oder 17, 18, sind alle mit den gleichen Punkten. Und nur die ersten 10 bekamen die Belohnung. Was natürlich ziemlich doof ist, denn es ist sehr zufällig, wer gerade auf 1 bis 10 ist. Das ist halt so, kennt ihr bestimmt. Auch bei, ihr habt das vielleicht auch schon mal gesehen, bei den Minigames. Da wird auch ständig durch den Gegend gezwitscht. Es ist so nervig, da hinzugucken, dass sie nicht an einer Reihenfolge einfach festhalten. Ist ja einfach seltsam. Na ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es so, alle, die Erster sind, sind dann Erster. Und erst der Zweite sozusagen, der dann unter dem Ersten ist, der kriegt wieder nichts. Bei dem, jetzt bei Mastery gesehen. Die Ersten sind also 17 Stück. Und dann ist halt Platz 18. Die da vorzwischen sind halt nicht mehr da. Dadurch kriegen halt die Ersten 17 die gleiche Belohnung. Bei den Class-Power-Dingern, bei den drei Klassen, die da sind, gibt es keine Chaos-Coin mehr. Jetzt gibt es 50 Shadow-Pinatas für die Top 10. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie den Class-Game-Key ein bisschen besser platzieren. Na ja, war ja klar, dass die einfach nur irgendwie so ein kleines bisschen daran arbeiten, um einfach die Chaos-Coin rauszunehmen. Wer weiß, wie viele die meisten schon haben, die sich da reingeschmuggelt haben die ganze Zeit. Ab dem 17., also ab nächster Woche, beginnen neue wöchentliche Contests. Diese Woche ist ja Block Destroy dran. Relativ easy mit Drachen oder Bomben zu machen. Nächste Woche muss man, also ab nächster Woche, Infinium ernten, Glimm-Kollekten, Fische fangen, dann noch Battle-Aweeners gewinnen und Loot-Kollekten. Das sind die Neuen, die einfach dann mit da reinkommen. Die werden wahrscheinlich auch einfach immer, so wie die anderen, immer jede Woche kommt einfach der Nächste. Und sobald alle durch sind, fängt es wieder mit dem Ersten an. Also das ist, glaube ich, nicht auf Zufall, denn es passt immer perfekt hintereinander. Ja gut, dann kommen noch ein paar wichtige Dinge. So, nee, aber kleinere Dinge. Und zwar 25 neue Kostüme in den Chaos-Crafting, in der Chaos-Crafting-Workbench. Hat der eine oder andere bestimmt schon bei uns im Club gehört. Wurde schon sehr oft drüber geredet. 25 neue Kostüme, ich glaube 330 Chaos-Core braucht man insgesamt. Ist natürlich echt heftig. Dann Flask, wenn man die Embleme oder Flask tauscht. Dann hat man eine kleine Cooldown-Zeit. Auch das wieder nur, weil einige das ausgenutzt haben, dass man das nicht hatte. Dann gibt es noch einmal das Golden Dragon Effigy, was man jetzt zerstören kann im Loot-Collector. Da kriegt man 300 Dragon Coins. Und es gibt noch die anderen Dracheneier, die man für Cubits kaufen kann. Die geben 650, ach die geben nicht 650, sondern die geben 65 Dragon Coins, wenn man die im Loot-Collector packt. Dann noch eine Änderung, die mir gefiel. Wenn man Collections, ach Collections, die Tomes anguckt, dann habt ihr ja Legendary Tomes. Der eine oder andere wird schon welche haben. Und nervig ist es, dass man immer mit der Maus drüber gucken muss. Und dann sieht man, ah, wird in sechs Stunden wieder aktiv, also sechs Tagen wieder aktiv oder so. Jetzt ist da ein Symbol bei, von wegen, dass Ding dann schläft oder es schläft halt nicht. Also man sieht es jetzt. Die Leute, die den Dino-Thema spielen, sind auch vielleicht happy. Die kriegen mehr Leben und mehr Lebensregeneration. Da muss wohl ein Bug gewesen sein bei der Berechnung. Jetzt sollen die etwas mehr haben. Etwas. Also wundert euch nicht, wenn ihr das nicht mehr merkt direkt. Dann neue Sigils. Die Symbole, die man über dem Kopf hat, um zu gucken, was für ein Power Rank oder was für ein Master, die man hat. Und die sollen jetzt deutlich mehr sein. Also drei Stück pro Kategorie. Drei neue Power Rank-Dinger. Höchstwahrscheinlich auf 15k und 20k. Und ich bin mir nicht sicher, ob da dritte zwischenhängt. Vielleicht bei 7500 oder so. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Vielleicht auch bei 12,5. Ich weiß nicht, ob die einfach nur am Ende was hingepackt haben. Werden wir dann sehen. Werde ich dann mal im Spiel. Werden wir uns einfach mal alle miteinander vergleichen. Dann gucken wir mal, wie die alle aussehen. Ich werde auch mal gucken, dass ich so eine Liste mal aufstelle. Dann kann man die auf Discord mal posten, die ganzen Bilder nebeneinander. Vielleicht macht es auch jemand anderes. Auf jeden Fall ist ganz cool gemacht. Das finde ich wichtig, weil ab 10k sehen alle gleich aus. Gerade die Leute, die 20k haben, sind auch enttäuscht, dass die genauso aussehen wie die mit 10k. Denn 20k ist schon echt eine Hausnummer. Und Mastery auch bis 300, noch ein paar mehr. Auch da müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen, ein bisschen so untereinander mal zu testen. Ich kann mir vorstellen, die haben die Zwischenebenen eingefügt. Ich glaube, 250 hatte kein eigenes Sigil. Und 200 hatte er wieder. Also von 200 bis 300 war halt nichts dazwischen. Sehen wir dann ja. So, dann Squeakers hat jetzt 100 Mastery Punkter statt 50. Das heißt, ich kriege ein ganzes Level statt nur ein halbes. Weil es ist eins der Premium Collectibles da aus der Chaos Crafting Bench. Ist ja auch gut. Und dann gucke ich nochmal ganz kurz durch, ob hier irgendwas Wichtiges jetzt noch ist. Naja, da stand wieder drin, die haben die Projektilkollision verbessert. Ich hoffe, das merkt man. Bei den Servern merkt man eigentlich nur, dass die Server voll überlastet sind. Und ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Das nicht. Also bis in den ersten beiden Welten gibt es keine Invasion und Weltbosse mehr. Also die, die so rumstehen. Und keine, die von oben runterkommen. Habe ich jetzt noch gelesen. Für die Leute, die noch relativ weit am Anfang sind, denke ich einfach mal, die interessiert das noch nicht mal. Na, ich würde sagen, das war es für heute. Genug Patchnotes gehabt. Die wichtigsten Sachen haben wir abgecheckt. Und jetzt gibt es nur noch, wir sehen uns dann erst, also morgen zu der neuen Folge, ist klar. Donnerstag auf jeden Fall den Livestream, ab 15 Uhr. Heute nicht. Der Patch dauert viel zu lange. Wer weiß, ob die nicht wieder irgendwas Kacke bauen. Und dann sitze ich da und denke mir, ich will noch eine Folge, also ich will noch streamen. War ja klar, dass Dienstag keine gute Idee war. Vor allem bei vier Wochen. Na, musste ja ein Patch kommen. Na gut, wir sehen uns dann nächste Woche. Nein, in der nächsten Folge meine ich. Von Truth. Ciao.